Musik Mama, bevor wir heute beginnen, habe ich einen traurigen Anlass. Uns ist leider Gottes ein Mitglied verstorben. Ich habe gesagt, klar war, jetzt habe ich eine Tatsache. Ich habe eine Sache ganz kurz, nicht so weit. Ich danke schön. Ja, ihr lieben Leute, heute mal ganz was anderes. Eine Büt. Für nur Euro 30 bekommt ihr 30 Minuten pro Gramm viel besser als im Ohr. Das bietet euch die erste Maut einer Faschingsgilde an. Dass wir davon nicht parzipieren, das tut mich heuer wirklich stieren, weil die Kasse bewacht, als wie ein wilder Stier, unser Kassier, der Vereinskassier. Deshalb für nächstes Jahr, bitte nehmt mir her, ein jeder Besucher, ein großes Kuvert. Das tut ihr dann bitte, den Obmann, ganz heimlich zustecken, quasi schenken. Und je nach Inhalt wird es euch nutzen, bin nämlich für euch, wie ihr es sicher jetzt wisst, euer Obie ist. Und merkt euch, auf dieser Welt, traut sie alles nur ums liebe Gott. Mama. Doch mancher sagt ihr ande schon, manch einer schreit, Korruption. Nein, nein, ich beruhigte ihn. Wenn jeder es tut, nennt der Gesetzgeber dies, servidut. Denn wenn wir lange Zeit ein jeder macht, das ist nicht schlecht, dann wird das Ganze Gewohnheitsrecht. Mama. Mama. Da tu ich mir unsere Sporter loben, wenn die siegen und stehen am Treppau ganz oben. Da kriegen sie ein Geld und das nicht zwängt und greifen sie drüber, als wir ein König. Fürs Preisgeld. Was kriegen oft diese Lacken, muss mancher Bürger drei Jahre lang heiklen. Sind unsere Wintersportler erfolgreich und gut, jedoch sich im Sommersport nicht wirklich was tut? Dabei sein ist wichtig, gar keine Frage, sagten sich Olympias, sagten sich Österreichs Sportler bei der Olympiade. Doch Tarapos schreibt, hört's teils euch besinnen, für das Förderungsgeld kommt schon eine Medaille gewinnen. Der Rogan hat's an Punkt gebracht. Im Interview hat er gesagt, wenn's willst, ein Sportler verdienen viel Geld, muss seinem Hirn ein bisschen blöd. Beim Wettkampf hat die Wende nicht geschafft, der Rogan, drum haben sie ihn disqualifiziert. Und dann fragt man sich, wenn's um Medaillen geht, wer von den Sportlern ist da jetzt wirklich blöd? Mama. Mama. Der Tarapos hat sich geärgert, die Watschen ist gesessen und unsere Schüler müssen die Geruch jetzt fressen. Die tägliche Turnstund, die wird propagiert, damit bei den nächsten Spielen das nicht wieder passiert. A tägliche Turnstund, ja des warad g'sund, denn unsere Gsinder san ja eh flütsund. Hättet's des schon bei mir geben? Hört euch was, ich sag. Vielleicht warad ich heut gar ned, du flach. Doch eines warad ich sicher ned, ein Sportler, der antritt bei der Olympiade. Mama. 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 Ich sag heut Darapos, mein Lieberherr, schütt aus mir Geld, hol die Sponsoren her, denn wenn mir Preisgeld winkt für den Titel, wird es noch besser als ein Dopingmittel. Und jetzt wisst's es, auch in der Sportlerwelt, dreht sich alles nur um's liebe Geld. Mama. 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 Aber 57 Jahre, haben wir gekämpft um ein Heer, nach Häppl und Teuerbosch, brauchen wir's auf Arme nimmer mehr. Der Werner und der Spinde wollen es wagen, in dicher Sache das Volk zu befragen. Doch nur bei dem Thema dem Heer tun sie es machen, aber befragen sie tun sie uns bei wirklich wichtigen Sachen. Das Volk hat gefragt, Mann, das Volk hat entschieden und uns eine Wehrpflicht auf Dauer beschieden. Und der Barabosch, der arme Schaf, muss jetzt der Prügelknabe sein, ganz brav. Ich hätte da eine Idee, ich will's euch jetzt sagen, dafür war's gar nicht so notwendig gewesen, das Volk zu befragen. Also, ich war für den Wehrdienst, aber für alle, mit dieser Meinung, fahre ich vielleicht aus der Rolle. Da kriegerten auch die Flammascherten Schwung, ich nennet es Gleichberechtigung. Wer und Zubindend für Mann und Frau finde viel gerechter, das weiß ich genau. Mama. Und diese Abfahrt, die dritte, wird auf keinen Fall heißen, fuhrt bald Mitte. So wird sie heißen, so steht es geschrieben, Mautern Ost. Die Kosten, die tun uns Gemeindebürgern stieren. Jedoch hat der Burgermeister mit seinem Geschick und Verstand, er reicht, dass einen Teil übernimmt. Das Land, egal ob Gemeinde oder ob Land, ich sag es hier, denn schlussendlich, zahlen das Ganze dann eh mir. So sieht man, wir miteinander alle natürlich, so sieht man wieder, wer überall auf der Welt, traut sich doch alles nur ums liebe Geld. Mama. Ich bin schon am Ende. Im Vorjahr haben wir erwartet das Ende der Welt. Ich hab verbracht vorher mein ganzes Geld. Gau viel Zeit hat das ein Kalendermacher, ein gewisser Meier. Wenn ich den erwisch, ich reiß ihm aus, die ein, 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 zwei, drei, vier, fünf. Nun immer traut sich um die Sonne unserer Welt. Nur ich stehe jetzt doch ohne ein Geld. Drum kann ich euch auch nichts mehr erzählen und tue euch lieber mehr wählen. Ich verabschied mich, verabschied mich, vergesst nicht, ich stehe aufs Kuvert. Drum sag ich jetzt nichts mehr und mach mein Glas jetzt leer. Mama. 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 Mama.